Hallo. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Zusammen mit der Cell, mit der Ness und einem weiteren Random Typen, den wir nicht kennen. Oh, ich seh Nioh. Nioh. Wir sind alle zusammen gestartet. Oh. Ich denke, hier ist es. Äh. Weiß ich nicht. Ich gucke in meine... Oh, diese Legs. Habt ihr auf die Lobby gekauft? Ja, die war eigentlich grün. Ich gucke hinter mich. Ich glaube, du hast einfach noch keine Skills. Nein, es sind nicht die Legs. Oh, da kommt schon was. Was? Oh je. Was ist es? Krank. Ah, die Nurse. Die Nurse. Ich brenne hier aber auch von Teil zu Teil. Ich glaube, das ist eher... Das ist jetzt wieder in den Haufen. Okay. Du bist aber auch ein Schisser. Ich gehe an einen anderen Generator. What the fuck? Warum hat das so ein bisschen... Komm doch wieder zu mir, Barry. Das bringt doch nichts. Ja, ich sitze doch hier drüben direkt. Das ist doch scheißegal. Okay. Entschuldigung für das SCH-Wort. LOL, die hat den echter Wüsch. Was ist denn auch so? Dad, puh. Ja, ja. Sieht so aus. Da haben wir gedacht, da habe ich immer zwei Generatorn schon mal weg, die ziemlich naheinander sind. Das ist ja auch schon mal weg. Das ist ja auch schon mal weg. Das ist ja auch schon mal weg. Ja, klar. Aber nicht, dass sie dann irgendwann die 3-Gen-Taktik ausfährt. Das wäre auch nicht so toll. Könnte sie eigentlich, weil wir jetzt vier am Rand machen. Das ist nicht so schlau. Aber sie scheint ja nicht so gut zu sein, dass sonst würde das eigentlich fehlen. Ja, ich denke auch. Bei der Nurse ist es eigentlich sowieso egal. Der Typ bockt dafür. Na dann geh hin und heil ihn. Ich will auch Heilung haben. Toll, ich bin die Einzige für die Brutte, obwohl Heilungspunkte wären eigentlich schon ziemlich nice. Aber egal. Okay, sie hat sich grad wieder irgendwie angefordert. Oh, verdammt. Halt, da war hundertprozentig doch drauf. Zieh einfach durch. Hab ich vor. Oh boah, warum sind wir denn so schnell? Ähm, weil er ja Anführer hatte. Hä? Oh da. Oh wow, ich glaub, sie hat mich gar nicht gesehen. Okay, gut ist die nicht. Nö. Ich bin grad voll leckern an ihr vorbeigehalten. Ich hätte auch sitzen bleiben können. Aber ich dachte, sie hätte mich gesehen. Ich hab sie für so intelligent gehalten. Oh. Oh. Ist auch kackt. Ja, die Nurse ist aber auch schwer. Sie kommt wieder. Okay, ich hab mich jetzt in sie reingeworfen, das war nicht so schlau. Also, dadurch konntest du den Generator durchziehen. Hm, sie ist auch jetzt wieder weg von dir. Danke, sie hat mich. Harry, komm mal hinten weiter. Ja, sie hat mich. Gerade. So. So, dann komm nicht zu mir. Auf links. Okay, dann recht. Links. Kannst du auch auf den Typ hättest, der ist oben im Haus. Mac. Ah, die hat mich schon wieder verloren. Gut ist die nicht. Setz mich hier hinten an, Jen. Ah ja, ich wollte auch grad hin. Weil der wurde schon mal zurückgesetzt irgendwie. Mhm. Ooooooh. Holy shit, die war mir hier. Hier ist doch direkt dein Ausgang. Äh, ja. So, alles gut eigentlich. Ganz entspannt. Irgendwie sind das voll die entspannten Runden. Und jetzt kommt Memento- äh, jetzt kommt ne Hütte. Ich seh's schon kommen. Ich hab schon seit Rudern zurück gemacht von dir. Äh, gar keins. Ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Aber hier um die... Hier um die Ecke ist sicher noch was. Wow, wow, du bist so schn... Irgendwie reparieren wir grad richtig schnell gemeinsam. Wir haben jetzt unseren durch. Wahrscheinlich ist das hier irgendwo noch... Boah! Jetzt hat die... Kleine. Ich wieder. So. So. Sehr gut. Woohoo! Hey! Ah, perfekt. Ich such mal Tote. Na, ich glaub sie kommt aber zu unserem Ausgang hin, geschwoben. Jo, du tust noch rennt mir noch. Achso, okay gut. Achso, der hier ist gleich offen. Drei Viertel. Ja, ist auf. Jetzt. Jetzt. Ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Immerhin hab ich umgebrochen. Ich hab nur 300 Punkte. Weil... Also auf der Level, weißt du? Weil wir halt nicht so viel machen. Hm. Normalerweise hängt's gut, der hat die Hedge. Okay, dafür bin ich jetzt nicht mehr mit so... Ja. Also an sich kommen wir jetzt richtig gut durch. Die Runden sind nicht so... Weil wir noch so niedrigen Rang haben wahrscheinlich. Ich hab Rang 17 jetzt. Ja, ich hab 18. Also es geht voran. Okay, gut. Dann würden wir uns an dieser Stelle wieder von euch verabschieden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über eine Postwertung freuen. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei einer neuen Folge Dead by Daylight wieder. Hab es eine muttervolle Zeit. Und bis dahin... Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.